Kratylus war ein antikagriechischer Philosoph. Er lebte in Athen und bekannte sich zur Lehre des Vorsokratikers Heraklit. Platon setzte sich mit der Philosophie des Kratylus auseinander. Leben Über die Herkunft des Kratylus ist nur bekannt, dass sein Vater wahrscheinlich Smykron hieß. Er lebte zwar in Athen, aber ob er seiner Herkunft nach Athena war, ist ungewiss. Kratylus war in der Antike der bekannteste Heraklitier. Er kann aber Heraklit nicht persönlich gekannt haben, da dieser schon um 460 vor Christus gestorben war. Kratylus hatte Schüler, die er im rechten Wortgebrauch unterrichtete. Aristoteles berichtet, Platon sei von Jugend auf zuerst mit Kratylus und den heraklitischen Lehrmeinungen vertraut geworden und habe daran auch später festgehalten. Von einem anderen Ansatz sei Sokrates ausgegangen, dem sich Platon angeschlossen habe und das sei die Basis gewesen, von der aus Platon seine Ideenlehre und das Konzept der Mythexes entwickelt habe. Aus diesen Angaben des Aristoteles wird in der Forschung gefolgert, dass Platons denken, bevor er sich für Sokrates als seinen Lehrer entschied. Stark von den Vorstellungen des Kratylus beeinflusst wurde, ob dies im Rahmen eines Lehrer-Schüler-Verhältnisses geschah, ist allerdings unklar. Eine abweichende Forschungsmeinung lautet, Aristoteles Ausdruck zuerst sei nicht zeitlich zu verstehen, sondern im Sinne einer logischen Reihenfolge im Aufbau von Platons Lehre. Und biete daher keinen Anhaltspunkt für die zeitliche Einordnung der Beeinflussung durch Kratylus, diese Hypothese hat sich aber nicht durchgesetzt. Die Darstellung des Philosophie-Geschichtsschreibers Diogenes Lertius, der zufolge Platon erst nach Sokrates Tod Hörer des Kratylus wurde, ist nicht glaubwürdig. Platon benannte seinen Dialog Kratylus nach dem Heraklitier. Dort setzt er sich mit dessen Ansichten auseinander. Der literarisch ausgestaltete Dialog gibt ein fiktives Gespräch mit Kratylus wieder, das der Fiktion zufolge spätestens 421 v. Chr. stattgefunden hat, denn im Dialog wird vorausgesetzt, dass der Vater des Gesprächsteilnehmers Hermogenes, der spätestens 421 gestorbene Hyponikos von Alopeke, noch am Leben ist. Am Ende des Dialogs sagt Sokrates zu Kratylus, du bist jung. Anführungszeichen An einer anderen Stelle weist der im Jahr 469 geborene Sokrates indirekt auf die erhebliche Altersdifferenz zwischen ihm und Kratylus hin. Diese Anhaltspunkte ermöglichen eine ungefähre Datierung von Kratylus Leben. Nach heutigem Forschungsstand ist davon auszugehen, dass er wohl im 5. oder 6. Jahrzehnt des 5. Jahrhunderts geboren wurde. Lehre Da keine Werke des Kratylus erhalten geblieben sind, vielleicht hat er nichts geschrieben, können die Grundzüge seiner Lehre nur aus den spärlichen Angaben des Aristoteles und aus Platons Dialog Kratylus erschlossen werden. Dabei ist zu beachten, dass der Kratylus ein literarisches Werk ist, dessen Autor sich die Freiheit nehmen konnte. Aus didaktischen oder literarischen Erwägungen seiner Kratylusfigur auch Ansichten in den Mund zu legen. Die der historische Kratylus in dieser Form nicht vertreten hat. In der Forschung ist öfters die Möglichkeit erwogen worden, dass man hinter der literarischen Gestalt des Kratylus einen ungenannten historischen Gegner Platons zu suchen habe oder es um die Bekämpfung von Tendenzen innerhalb von Platons Akademie gegangen sei. Erkenntnistheorie Aristoteles teilt mit die Lehre Heraklitz sei im Kreise ihrer Anhänger auf radikale Weise weiterentwickelt worden. Von diesen Denkern, die Heraklitisieren, nennt er nur Kratylus namentlich. Kratylus habe gemeint, angesichts des von Heraklit betonten unablässigen Wandels aller sinnlich wahrnehmbaren Dinge seien wahre philosophische Aussagen unmöglich. Eine wahre Aussage müsse zeitunabhängig zutreffen. Jede Aussage könne aber nur eine auf den jeweiligen exakten Zeitpunkt bezogene Richtigkeit haben. Den Ausspruch Heraklits, man könne nicht zweimal in denselben Fluss steigen, er habe Kratylus zugespitzt. Er habe festgestellt, es sei nicht einmal möglich, ein einziges Mal in denselben Fluss zu steigen. Das bedeutet auf Aussagen bezogen, dass das, worüber man redet, sich schon verändert, während man redet und damit die Aussage entwertet. Demnach vertrat Kratylus einen radikalen Erkenntnistheoretischen Skeptizismus. Denn er leugnete jede Möglichkeit einer Identität und damit einer gültigen Aussage. Aristoteles erzählt, Kratylus habe aus diesem Grund schließlich gar nichts mehr gesagt, sondern nur noch seinen Finger bewegt. Diese Anekdote stellt allerdings möglicherweise Kratylus' Position und Verhalten verzerrt dar, sie kann von einem Gegner oder Spötter stammen. Auch über Heraklit kursierten Anekdoten, die zum Zweck der Verspottung erfunden wurden. Aristoteles erwähnt in anderem Zusammenhang mit Berufung auf Aeschines, dass Kratylus beim Reden nicht verbale Ausdrucksmittel wie Handbewegungen einzusetzen pflegte, Sprachphilosophie Hauptartikel. Kratylus die einzige Quelle für die Sprachphilosophie des Kratylus ist Platons Dialog Kratylus. Es handelt sich um ein Gespräch zwischen den Philosophen Sokrates, Kratylus und Hermogenes, in dem Kratylus' Auffassung kritisch untersucht wird. Trotz der Einwände des Sokrates hält Kratylus an seiner Meinung fest. Dabei beruft er sich auf Heraklit, dessen Position ihm mehr als alles andere einleuchte. Allerdings gibt es keinen von Platons Darstellung unabhängigen Beleg dafür, dass der historische Heraklit eine Sprachphilosophie dieser Art vertreten hat. Deutlich erkennbar ist, dass Platon, der Sokrates gegen Kratylus argumentieren lässt, die Sprachphilosophie des Heraklitiers skeptisch betrachtet und mit Ironie behandelt. Möglicherweise gibt er Kratylus' Auffassung, in dem Dialog nicht historisch getreu wieder auffällig ist, dass die heraklitische Flusstheorie nicht von Kratylus, sondern von Sokrates ins Spiel gebracht wird und Kratylus sich ihr erst später anschließt. Als sicher kann zumindest gelten, dass Kratylus sich intensiv mit der Frage, wie Wörter mit ihren Bedeutungen zusammenhängen, auseinandergesetzt hat. Und dass er diesen Zusammenhang als naturgegeben betrachtete, er lehnte die Auffassung ab, Sprache basiere auf willkürlicher Konvention. Im Dialog lautet die Überzeugung des Kratylus eine natürliche. Von Natur aus richtige Beziehung zwischen den Wörtern und den damit bezeichneten Dingen sei von vornherein gegeben. Somit sei jedes Wort dem zugehörigen Objekt angemessen, alle Benennungen seien richtig. Eine scheinbar falsche Benennung sei in Wirklichkeit keine, sondern nur eine sinnlose Folge von Tönen. Dies soll auch für Namen gelten, die einzelnen Namensträgern wie Göttern und mythischen Gestalten zugeordnet sind. Gemeint sind die konkreten Lautformen, Lautähnlichkeit von Wörtern soll auf deren Sinnverwandtschaft deuten. Kratylus' Verständnis von Etymologie hat weitreichende erkenntnistheoretische Konsequenzen. Wenn die Beziehung zwischen Bezeichnung und bezeichnetem Natur gegeben ist, sind Rückschlüsse von der Bezeichnung auf die Natur des Bezeichneten möglich und kommt der Sprache eine hohe erkenntnistheoretische Relevanz zu. Kratylus behauptet, wer die Bezeichnungen kenne, der kenne damit auch die Dinge und dies sei die einzige Möglichkeit, das Wesen der Dinge zu erfassen. Platon lehnt dies ab, er akzeptiert Wörter nicht als eigenständige Erkenntnismittel und hält deren Lautgestalt nicht für Natur gegeben. Er verwirft aber die Vorstellung eines inneren Zusammenhangs zwischen Bezeichnung und Bezeichnetem nicht prinzipiell, sondern nur in ihrer radikalen von Kratylus vertretenen Version. Eine Zurückführung der Bezeichnungen auf rein willkürliche Konvention entspricht nicht Platons Position, sondern er betrachtet die Wörter als Abbilder der bezeichneten Dinge, die diesen Dingen mehr oder weniger ähnlich sind. Unklar ist, wie Kratylus seine Überzeugung, es gebe von Natur aus feste Wortbedeutungen und schlechthin richtige Bezeichnungen, mit dem hieraklitischen Konzept einer prinzipiellen Unbeständigkeit aller Dinge und mit seinem erkenntnistheoretischen Skeptizismus vereinbart hat. Anscheinend hat er seine Auffassung im Lauf der Zeit geändert und, worauf Aristoteles Darstellung deutet, die erkenntnistheoretische Skepsis, später radikalisiert und auf die Benennungen ausgedehnt. Möglicherweise reagierte er damit auf Platons Kritik an seiner früheren Position. Rezeption In der römischen Kaiserzeit erwähnten Aristoteles Kommentatoren die heraklitische Flusstheorie und ihre von Aristoteles überlieferte Abwandlung. Durch Kratylus Der spätantike Neu-Platoniker Proklos verfasste einen Kommentar zu Platons Kratylus. Dort beschrieb er Kratylus als wortkargen Gelehrten, der sich in dem Dialog nur mit knappen Antworten äußere und erwähnte, dass er Platons Lehrer gewesen sei. Untertitelung des ZDF für funk, 2017